Musik Unmittelbar nach ihrem Diplom an der Kunsthochschule Kassel 1993 begann die deutsche Bildhauerin Jagna Weber ihre Karriere als selbstständige Künstlerin. Sowohl in Galerien und Sammlungen als auch in öffentlichen Institutionen sind ihre Skulpturen heute vertreten. Im Werk von Weber spielen die Tierskulpturen eine große Rolle. Für diese hat sie eine ganz besondere Formensprache entwickelt, in der sie sich weitgehend auf die wesentlichen Konturen der Tiere konzentriert. So trifft sie immer wieder die Essenz der dargestellten Tiere und schreibt ihnen auf durchaus humorvolle Weise eine Persönlichkeit zu. Sie gibt ihnen dadurch einen ganz eigenen Charakter. Auch in ihrer Skulptur von einem Kauz wählt sie eine eher stilisierte Darstellung und legt den Schwerpunkt auf den Ausdruck. Der Kauz zählt mit seinem Hakenschnabel und seinen Krallen eigentlich zu den Raubvögeln. Doch in Webers Skulptur wirkt er gar nicht mehr bedrohlich. Liebenswert schaut er die Betrachtenden mit seinen großen Augen an. Diese hochwertige Skulptur aus Bronze ist im Wachsausschmelzverfahren gefertigt und anschließend von Hand patiniert und poliert. In einer limitierten Auflage von 199 Exemplaren ist sie exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Untertitelung des ZDF, 2020